Hallo, ich bin Bettina Tietjen und heute möchte ich Sie mitnehmen in die Welt der Seenotretter. Wenn andere reinkommen, fahren Sie raus. Dramatisch wie ein Actionfilm und spannend wie ein Krim. Ist es unmöglich, einen Standort zu machen? Ja, natürlich. Wir sind Profis und machen die Rettung so, wie wir sie gelernt haben. Seefahrt ohne die Seenotretter, das geht gar nicht. Entschuldigung, der war die Rettung so. Aber die Rettung so besser ist. Was haben Sie mitnehmen? Die Rettung?